Naturschutz und Windenergie im Wald. Passt das zusammen? Also ich bin seit 24 Jahren beim NABU aktiv und eigentlich über den gesamten Zeitraum auch im Waldschutz aktiv. Windkraftanlagen in Waldstandort. Das wäre damals wahrscheinlich undenkbar gewesen. Das ist auch für uns ein Lernprozess und das heißt, da muss der Naturschutz sich auch ein Stück weit bewegen und gewisse Dinge zulassen. Auch manche Waldbesitzer denken um. Für mich war das sofort klar. Vor zehn Jahren bin ich nach Hause gekommen mit dem Betrieb von NOM und mein Vater hat mich damals auch dabei unterstützt, diesen Schritt zu gehen, weil wir natürlich auch aus betrieblicher Sicht so einen alten Familienbetrieb auch breiter aufstellen müssen. Wir haben natürlich auch aufgrund der Verbindung zu der Region auch unsere Verpflichtung, auch entsprechend so eine Landschaft voranzubringen. Seit 1322 bewirtschaftet die Familie von Philipp von der Mahlsburg das Gut Escheberg, zu dem auch die umliegenden Wälder gehören. Seit ein paar Jahren hat er sechs Windenergieanlagen direkt vor der Nase. Selbst schuld, schließlich hat er sie bauen lassen. Dass sich viele darüber aufregen, kann er nicht verstehen. Ich freue mich insbesondere, wenn der Wind auch ordentlich weht, nicht so wie heute und man entsprechend auch sieht, dass man so seinen Beitrag leistet für die Energiewende. Am Anfang war es ein bisschen eine Umstellung. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und finde es auch sogar sehr schön. Seit 2017 betreibt er den Windenergiepark zusammen mit der Gemeinde Zierenberg. Vier der insgesamt sechs Anlagen stehen in seinem Privatwald. Zuvor gab es ein jahrelanges Prüfverfahren, wie bei jedem Bau von Windrädern in Deutschland. Das könnte schon alles etwas schneller gehen, findet Philipp von der Mahlsburg. Denn dass es wie bei ihm vier Jahre von der Planung bis zum fertigen Windrad dauert, ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich schnell. Am wichtigsten sind erstmal die raumplanerischen Restriktionen, die man hat oder Auflagen. Das heißt, man muss entsprechend Abstand halten zur Siedlung, das sind 1000 Meter. Dann muss man entsprechende ornithologische Richtlinien einhalten, Abstände zu Rotmilanhorsten oder Schwarzstorchhorste. Dann gibt es Auflagen vom Denkmalschutz im Wesentlichen und dann auch von der Flugsicherung gibt es dann auch noch entsprechende Restriktionen, die man einzuhalten hat. Also man steigt ursprünglich in die Planung ein. Hier war es damals mit ungefähr zehn Anlagen und man kam dann mit vier Anlagen raus. Also man muss da schon damit rechnen, dass man zwei Drittel oder sagen wir die Hälfte der Anlagen rausgestrichen bekommt. Langwierige Genehmigungsverfahren. Ein Grund, weshalb der Ausbau der Windenergie so schleppend vorankommt. 2021 wurden so wenige Windräder in Deutschland gebaut, wie noch nie seit der Jahrtausendwende. Der Ausbau müsste dringend beschleunigt werden, auch im Wald. Für die Naturschützer vom NABU ein echter Konflikt. Und Bäume abholzen für saubere Energie? Schließlich haben die Naturschützer zusammen mit den zuständigen Regierungspräsidien Kompromisse gefunden. Windräder sollen nicht in alte Laubwälder gestellt werden dürfen, sondern vor allem in Nadelholzbestände, die sowieso irgendwann gefällt werden. Außerdem sollen Flächen genutzt werden, die durch Sturmschäden brach liegen. Nach Ansicht der Naturschützer funktioniert das zum Beispiel im Reinhardswald sehr gut. Gerade sind hier 18 Anlagen genehmigt worden. Die Debatte um die Windkraft ist sehr emotional und da erleben wir leider häufig, dass auch falsche Botschaften vermittelt werden, dass ganze riesige Wälder zerstört werden. Wenn falsche Bilder transportiert werden, im Falle des Reinhardswaldes wurde mit Bildern gearbeitet, des Urwaldes Saberburg, der angeblich zerstört würde, was so kein Fakt ist, dann vergiftet das die Diskussion. Und wir verlassen den Weg der Sachlichkeit. Das ist dann sehr, sehr bedauerlich. Aber gerade jetzt der Ukraine-Krieg hat nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig das ist, dass wir uns mit erneuerbaren Energien versorgen können. Ausreichend Platz dafür gibt es in Deutschland. Aktuell wird im Schnitt knapp ein halber Hektar Waldfläche inklusive Zufahrtswegen für eine Windenergieanlage benötigt, also zwei Drittel eines Fußballfeldes. Diese muss für die gesamte Betriebszeit der Anlage frei von Baumbestand gehalten werden. Nur eine kleine Fläche, das Fundament der Anlage, ist dabei komplett versiegelt. Bisher wurden bundesweit rund 2300 Windräder im Wald installiert und 1050 Hektar Waldfläche dafür beansprucht. Zum Vergleich, eine Fläche dieser Größe wurde im letzten Jahrzehnt alle 17 Monate durch den Braunkohletagebau in Deutschland vernichtet. Aber ginge es nicht auch ganz ohne Waldstandorte? Das haben Forscher des Fraunhofer-Instituts untersucht. Zwei Prozent der Landesfläche, so das Ziel der Bundesregierung, sollen für die Windkraft genutzt werden. Ist das ohne Waldgebiete möglich? Die Antwort ist leider sehr kurz und die heißt, nein, ohne Wald wird es nicht gehen. Also unsere Studien, die wir verschiedene Auftraggeber natürlich gemacht haben für Ministerien, für Umweltbundesamt, deuten darauf hin, dass wenn wir insgesamt auf den Wald verzichten, dann können wir das Ziel der Energiewende nicht erreichen. Und wenn Windenergie bereits in wenigen Jahren einen Großteil der fossilen Energieträger ersetzen soll, muss sie sogar noch deutlich ausgebaut werden. Das heißt, zusätzlich zu den rund 30.000 vorhandenen Windrädern müssen jedes Jahr 2.000 neue gebaut werden. In den vergangenen Jahren waren es aber deutlich weniger. In zehn Jahren müssten es schon 50.000 Windräder sein. Und dieses Tempo des Ausbaus muss dann bis Mitte des Jahrhunderts gehalten werden. Für uns alle ist das ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Wir erleben eine Industrialisierung des Waldes, eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, also des ästhetischen Empfindens. Natürlich tut uns das allen sehr weh, aber gleichzeitig war auch der Klimawandel und die drei trockenen Sommer ein Riesenschock für uns, wo wir nie gedacht hätten, dass es so schnell kommt, der Wandel auch in Hessen. Das hat eigentlich uns gezeigt, wir müssen auch als Naturschützer hier eine Offenheit zeigen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Vorausgesetzt, es werden als Ausgleich Artenhilfsprogramme realisiert. Im Reinhardswald werden jetzt 1.300 Hektar Wald sich selbst überlassen. Bäume dürfen nicht mehr gefällt werden. Nach den Erfahrungen des NABU bekommen so mehr Tiere einen neuen Lebensraum, als durch Windkraftanlagen und die Versiegelung von Flächen sterben. Auch Philipp von der Mahlsburg musste Ausgleichsflächen schaffen. 2500 neue Bäume wurden gepflanzt, deutlich mehr als für die Windräder gefällt worden sind. Sein Wald ist flächenmäßig sogar gewachsen. Natürlich will er mit den Windkraftanlagen Geld verdienen, Einnahmen, die auch der Natur wieder zugutekommen. Die Hitzejahre haben leider bei uns in den Wellen auch zu enormen Waldverlusten auch geführt. Von daher sind wir wahnsinnig dankbar dafür, dass wir die Pachteinnahmen nutzen können, um wieder unsere Welle auch wieder zu bewalten. Das hat wirklich im Wesentlichen dazu beigetragen. Aber abgesehen davon nutzen wir auch die Pachteinnahmen, um halt in Escheberg auch in PV-Flächen zu investieren, Dachflächen. Und von daher bin ich ein riesengroßer Fan und versuche auch die Einnahmen, die wir generieren, entweder in den Wald zu reinvestieren oder halt in andere regenerative Projekte. Ob man sich an ihrem Anblick stört oder nicht, sie sind alternativlos. Kohle, Öl und Gas erzeugen pro produzierter Kilowattstunde eine bis zu 100 Mal höhere Menge an klimaschädlichen Treibhausgasen. Damit die Energiewende gelingt, brauchen wir dringend mehr Windräder. Untertitelung des ZDF, 2020